Im Rheinland-Pfälzischen Rammstein kommen heute die Verteidigungsminister der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe zusammen. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt beraten die westlichen Verbündeten gemeinsam über weitere militärische Hilfe für die Ukraine. Mit Spannung erwartet eine mögliche Entscheidung zur Lieferung von Kampfpanzern an Kiew. Bislang sind Deutschland und die USA zögerlich. Die Augen ruhen vor allem auf Boris Pistorius, den neuen Verteidigungsminister. Leonie von Rando. Gestern erst leistete Boris Pistorius im Bundestag den Amtseid. Heute erwartet ihnen Rammstein seine Feuertaufe. Der Druck der Ukraine, Leopard-2-Panzer zu schicken, wächst. Kanzler Scholz will nur liefern, wenn die USA ihrerseits Kampfpanzer vom Typ Abrams schicken. Für den neuen Bundesverteidigungsminister ist das keine Bedingung. Ein solches Jungtirm ist mir nicht bekannt. Die Tatsache ist, es geht darum, dass wir in der Art und Weise in dieser Krise, in dieser Kriegssituation weiter verfahren und miteinander handeln, wie in den letzten zwölf Monaten auch. Und das heißt, wir gehen abgestimmt vor. Das heißt nicht, der eine gibt dies, der andere das. Es muss nur abgestimmt passieren. Seit Kriegsbeginn fordert der ukrainische Präsident Zelenskyj unermüdlich schwere Kampfpanzer. Polen und weitere Länder sind bereit, den Leopard zu liefern, brauchen dafür aber das Okay vom Herstellerland Deutschland. In seiner nächtlichen Videobotschaft macht Zelenskyj kurz vor dem Treffen in Rammstein weiter Druck auf die Bundesregierung. Eine entsprechende Koalition von Partnern hat sich eigentlich schon gebildet. Jetzt warten wir auf eine Entscheidung aus einer europäischen Hauptstadt, die die vorbereitete Zusammenarbeit in Sachen Panzer in Gang setzt. Auch Washington zögert mit der Lieferung seines Kampfpanzers Abrams. Wartung und Ausbildung seien zu aufwendig. Beim amerikanischen Verteidigungsminister bereits seit gestern in Deutschland klingt das so. Wir werden die Ukraine weiter unterstützen in ihrem Kampf gegen die russische Aggression. Ich danke der deutschen Regierung für alles, was sie getan hat, um die Selbstverteidigung der Ukraine zu stärken. Die Entscheidung, ob Deutschland selbst Leopardpanzer liefern wird, soll laut Pistorius schon in den nächsten Tagen fallen. Eine Entscheidung darüber, ob andere Länder ihn in die Ukraine schicken dürfen, sogar schon im Laufe des Morgens. US-Korrespondent Michael Wöhlenweber in Washington, der schätzt die Debatte zu den Kampfpanzern aus US-amerikanischer Sicht ein. Völlig unklar ist, ob die Amerikaner ihrerseits bereit sind, Abrams-Kampfpanzer zu liefern. Zu teuer, Ausbildung zu kompliziert, ihr Turbinenantrieb saufe zu viel Sprit, heißt es ganz offiziell. Bisher konnte sich der amerikanische Präsident Joe Biden hinter einem deutschen Nein zu Kampfpanzern verstecken. Mit Scholz Jung, Tim, lieferst du, liefern wir auch, ist damit nun Schluss. Die Rolle als Bremser will man hier als Washington natürlich nicht auf sich setzen lassen. Jedes Land sei frei, welches Waffensystem es liefern wolle, so der amerikanische Außenminister blinken, Richtung deutsches Kanzleramt. Die strategische Frage im Übrigen, ob die Lieferung schwerer Kampfpanzer die Gefahr einer atomaren Eskalation heraufbeschwöre, rückt immer mehr in den Hintergrund. Stattdessen heißt es nun, die Ukraine müsse schnell in die Lage versetzt werden, Territorium zurückzuerobern. Notfalls auch mit schweren Kampfpanzern, nur nicht unbedingt mit amerikanischen, bevor die Russen neue Offensivkräfte sammeln. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und dann geht's hier einfach. Und dann geht's das mal. Wenn ihr euch ansstelle. Und dann geht's. Vielen Dank.